Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sto Barker, weiter geht's mit Going Medieval und jetzt kommen das Wochenende auch drei Folgen, also Freitag, Samstag, Sonntag geht's jetzt hier weiter, ihr habt ein bisschen wenig Content bekommen. So, ich würde gerne probieren, also mal abgesehen davon, dass wir hier oben ausbauen, dass wir jetzt auch gelernt haben, dass Holz natürlich, dass es da zieht wie Hechtsuppe, dass wir das irgendwie ändern müssen und hier auch, aber vielleicht bauen wir das nochmal ein bisschen anders, habe ich mir gedacht. Nämlich so, dass wir eine Lehmband außen drumherum bauen, einfach Dämmschutz nochmal drumherum, bevor ich das wieder alles so abbreche, das sieht zwar nicht gut aus, aber das sollte doch helfen, denke ich mal. Wenn sie da hinkommen, vielleicht müssten wir hier sagen, zur Sicherheit fangt mal hier hinten an und dann bauen wir das der Reihe nach aus und dann haben wir da Dämmschutz, das könnten wir hier unten auch jeweils machen. Und dann wollte ich mal schauen, der Jacob, ich wollte mehr Leute in die Forschung schicken, weil ich das Gefühl habe, dass wir das natürlich am allermeisten brauchen, um jetzt einfach voranzukommen. Und Jacob hat zwar nur ein Intellekt von 1, aber eine doppelte Lernkurve da, der kann auch schmieden und auch bauen, aber ich würde jetzt mal sagen, dass wir bei den Tätigkeiten Jacob mal sagen, weißt du was, geh du doch mal, du hast auch eine 1. Ja, Osmond soll ja auch eine 1 haben. Siric baut halt vor allen Dingen, der hat einen guten Intellekt, aber der kann im Bau was lernen. Also, Jacob, forsche du doch mal, auch wenn du am Anfang sehr schlecht sein wirst und dann haben wir als 2 das Schmieden und auch als 2 den Bau vielleicht. Genau, und dann schauen wir mal, ob er das macht und ob wir dann nochmal ein bisschen schneller da oben rankommen und jetzt ist schon wieder ein Siedler bewusstlos, weil... Jacob ist bewusstlos. So viel zum Thema, er kann forschen gehen, weil es überall zu kalt ist noch, ne? Obwohl, ne, 24 Grad sind es hier. Osmond, du musst nochmal... Ne, warte, Medizin 6, doch, du warst der Beste. Osmond, du musst nochmal Wundversorgung machen und auch bei Siric im Übrigen. Der hat nämlich auch noch eine Wunde. Osmond, machst du das jetzt? Ne, machst du nicht. Komm rüber, Osmond. Und, helft Jacob, hilf, meine ich. Ah, Edric macht das schon. Na gut. Wenn es Edric macht, dann braucht Osmond das nicht machen. Sie leiden unter Kälte, ist mir klar, wir sind dabei. Lehm, Außenwände, drumherum und vielleicht machen wir das auch nochmal. Minus 36 Grad ist aber auch fies. So, die Wunden sind behandelt, immerhin, aber bewusstlos ist er trotzdem noch. Können wir dir noch was tun? Du hast Schmerz und wenig Bewusstsein. Logischerweise. Siric baut da hinten und hier bauen wir auch nochmal. Hier ist die Wärmedämmung allerdings auch nicht so gut. Es ist tatsächlich nur bei der Lehmwand gut. Gut, ich meine gut, im Sommer ist schön, dann werden wir nicht ganz so viel vor uns hin braten. Aber im Winter ist doch recht schwierig. So. Ja, Kalkstein brauchen wir nochmal neu. Haben wir hier den... Ne, das ist auch noch nicht gebaut. Das ist alles Kalksteinboden, ne? Ja. Wie sieht es denn hier hinten aus? Ihr braucht hier auf jeden Fall eine Treppe. Hier unten liegt ja noch Kalkstein, aber ihr braucht auf jeden Fall eine Treppe da. Sonst geht es hier nicht weiter. Eine gerade Treppe und macht doch jetzt hier eine Lehmtreppe, weil davon haben wir auf jeden Fall genug. Beziehungsweise liegt ja hier auch einiges rum. Aber hier würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht notgedrungen alles isolieren. Dann, wir bergbauen aber hier nochmal und wir bergbauen auch hier oben. Wir bergbauen ist ein schöner Satz. So. Und unten machen wir dann auch noch weiter. So, wer baut, wer macht, wer tut? Sie leiden unter Kälte. Ja, ist mir klar. Aber ich meine, Wollkleidung, ah, die Nähstation können wir natürlich nochmal machen. Hier haben wir jetzt Kirche 1. Hier oben wollten wir Kirche 2 machen, ist aber im Bau. Und sie werden die ganze Zeit bewusstlos. Jetzt ist Zirik auch bewusstlos. So, jetzt Osmund, du genähst gerade. Dann Edric, dann mach du das doch wieder. Hat ja beim letzten Mal auch funktioniert. Und Jacob, hungrig. Ja, das kann es eigentlich nicht sein. Zwei Hand Kriegshammer. 4-2-2 ist ziemlich gut, ne? Aber diese ganzen Kleidungsgeschichten, die reichen halt nur bis minus 18 Grad. Also. Ja, es gibt so viel, was hier noch im Bau ist. Also vielleicht müssen wir auch da nochmal, beschafft Ressourcen, Bergbau. Ja, du lernst halt auch im Bau nix, ne? Wer lernt am meisten im Bau? Zirik, aber der baut auch schon hauptsächlich. Und Aldiwa baut, glaube ich, auch schon hauptsächlich. Obwohl Pflanzen. Du kannst mal das auf jeden Fall auch auf die Eins setzen. Und Jacob soll ja jetzt forschen eigentlich. Macht er gerade auch nicht. Und Bob kocht halt vor allen Dingen. Aber kochen, haben wir da noch Probleme? Ne, dann machen wir mal die Eins aus dem Kochen auch raus. Machen wir das auf eine Zwei. Und dann fängst du mit dem Bau eigentlich an. Das ist vielleicht sinnvoller. So, hier brauchen wir dann auch irgendwann, wenn ihr dazu kommt. Ah, ihr seid auch nicht so weit, ne? Brauchen wir da nochmal so eine Holzleiste. Runden müssen versorgt werden. Am forschen ist überhaupt keiner mehr. Wie sieht es denn da aus eigentlich? Na, wir haben jetzt unsere 40 davon. Wir könnten die Verteidigungsanlagen machen, aber es ist jetzt eigentlich nicht die... Ah, wir brauchen auch noch das dritte Ding. Für die Chemie zumindest. Aber da wollten wir das ausbauen. Richtig. Und hier hast du nicht genug benötigte Ressourcen. Das heißt, ich muss euch auch nochmal ein bisschen Holz freigeben. Gehe ich mal stark von aus. Dann fällt doch noch eine Runde. Hier. Einfach in der Nähe jetzt. Ja, und die Streitkolben. Stabfalle meine ich jetzt gar nicht. Keule schwach. Die kann sich zersetzen von mir aus. Die kann sich auch zersetzen. Aber das hier oben können wir nochmal aufsammeln. Wenn wir denn noch Platz hätten. Erdrick ist am Beten. Siric ist ja. Wir geben ihnen immer mehr Zeug, die sie erledigen können. Aber sie machen dann halt auch allen Scheiß, ne? Und nicht das, was wichtig wäre. Aber gut. Die ersten Haufen liegen hier rum. Aber hier ist ansonsten, ist hier gerade gar nichts. Habe ich irgendwas ausgemacht? Es ist einfach Winter. Aber jetzt nur noch minus 14 Grad. Also der Kälteeinbruch scheint ein bisschen vorbei zu sein. Ihr habt viel zu tun. Ich sehe es ein. Wer forscht jetzt hier? Osman und Jacob. Was machst denn du jetzt? Du beschaffst jetzt Bauresourcen. Warum gehst du nicht forschen, wenn ich dir sage, das ist die Eins? Der gräbt jetzt hier. Wo ist beim Graben? Bergbau ist auf einer 3 bei dir. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Hier müssen wir auch wieder ändern. Arbeiten, 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 arbeiten. Ihr seid ja wieder fit. Stimmt eigentlich nicht. Siric ist vor allen Dingen nicht fit. Der muss sich eigentlich ein bisschen ausruhen. Der darf jetzt heute Abend mal früher ins Bett. Dann wird das hoffentlich was. Dann lasse ich mal noch schneller laufen. Ich hoffe, dass die tun, was sie tun sollen. Denn wir müssen im Keller auch noch... Also wir haben jetzt echt viel zu bauen. Hier oben, da haben wir schon... Okay, dann machen wir hinten auch noch mal weitere... Ist das... Bringt das hier was? 25 Grad, 25 Grad, 25 Grad, 25 Grad... Nein, jetzt brauchen wir gar nichts mehr. Es scheint hier 25 Grad zu sein, auch mit dem Holz. Scheint das auszureichen. Erstmal... Okay. Jetzt hoffen wir, dass sie nicht alle umfallen. Jetzt hoffen wir, dass sie nicht alle umfallen. Aber Jacob baut und baut. Aber gut. Ah, ich weiß auch, warum er baut. Naja, wir müssen so ein paar Sachen machen. Also zum einen brauchen wir den dicken, erweiterten Forschungstisch. Dafür solltet ihr eigentlich das hier bauen. Dafür habt ihr angeblich nicht genug Holz. Weil jetzt momentan keiner mehr beim Ernten an... beim Pflanzenschneiden arbeitet. Pflanzenschneiden, Pflanzenschneiden. Ich mache das jetzt per Hand hier. Wo sind das Pflanzenschneiden überhaupt? Steht hier gar nicht. Da geht es um Botanik wahrscheinlich, ne? Aliva. Hau mal das Ding ab. Wir brauchen ein bisschen was. Und hier ist es wohlig warm. Das ist doch schön. Mittlerweile steht auch dieses Teil. Da fehlen noch die Türen. Und, oh ja, ich wollte eigentlich... Machen wir mal eine verstärkte... Nee, Holzbarren haben wir ja noch nicht. Ich wollte eigentlich... Auch hier die Tür verstärken. In diesem Ding. Weil ich ja probieren möchte, jetzt hier oben... Dass wir das ausbauen. Und dass wir dann da oben unsere nächste Verteidigungsstellung haben. Für die ganzen... Für die ganzen... Na? Bogenschützen. Ja, mittlerweile beten sie sogar hier oben. Glaube ich. Oder ist sie... Nee, sie ist eine tiefer. Das ist noch keine Kapelle hier oben geworden. Aber wir kriegen das schon hin. Okay. Es läuft. Es läuft. Wunden von Siedlern. Immer wieder. 22 Uhr. Siric, geh ins Bett. Weil wenn du ins Bett gehst, kann ich... Osmond nochmal vom Beten wegholen. Na, jetzt frisst er jetzt mal was. Na gut. Du durftest eigentlich schon vor Stunden ins Bett gehen. Euch müsste es doch jetzt relativ gut gehen. Also auch wenn Edric jetzt hier hinten wieder schläft. Warum? Ein Bett ist da noch. Das müssen wir noch wegreißen hier. Da ist nur sieben Grad. Und... Ja, nee. Gerade sind sie beide jetzt hier. Haben wir schon so viel Forschung, dass wir... 13... Nee. Reicht noch nicht. Edric. Schlaf aus, mein Freund. Sie leiden unter Kälte. Aber wenn ihr alle in eure Betten geht... Ach so, da steht noch gar kein Bett. Interessant. Aber jetzt leiden sie auch nicht unter Kälte. Auch Edric mit sieben Grad ist irgendwie okay. Ein paar Leichen verrotten weiter. Das ist auch in Ordnung. Wir müssen halt gucken, ob wir beim nächsten Angriff gut gerüstet sind. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Aber wir kriegen das schon hin. Ich glaube, wir kriegen das hin. Wir haben genug angeplant, dass sie noch ein bisschen zu tun haben. Also vor allen Dingen müssen wir ja diese Bäume wegholen. Und bald dann auch wieder Frühling. Siric, Edric. Kannst du Siric eigentlich verarzten? So, nein. Siric, kannst du mal ins Bett gehen? Das muss ich so machen, ne? Komm. Also. Einmal ins Bett, bitte. Wenn es irgend geht, Siric. Ich will dich ja nicht zwingen, dass du gesund wirst. Aber ist ja vielleicht nicht so schlecht, oder? Was denkst du? Jacob ist schon wieder am Bauen. Das ist sehr schön. Aber du forschst halt nicht, was ich nicht verstehe. Aber vielleicht traust du dich nicht, weil du nur eine Eins hast. So. Siric geht ins Bett. Hervorragend. Dann wird jetzt Edric hier die Wundversorgung nochmal machen. Und alle anderen machen hoffentlich weiter mit dem, was sie zu tun haben. Rosmund ist halt da. Und Jacob, weißt du was? Ich schicke dich jetzt... Ne, ich schicke dich da nicht hin, weil da haben wir ja 40 von. Aber ich schicke dich da gleich hin. Das sollte gleich ja funktionieren, sobald wir hier jetzt irgendwas machen können. Genau. Also, wir könnten fermentieren, freischalten, Rüstungsmacher 2 für die Kettenrüstung oder Stahl für Stahlbarren. Kettenrüstung, würde ich mir jetzt vorstellen, braucht auch irgendwie Stahl, oder? Verteidigungsanlagen können wir natürlich auch machen. Metallfalle. Komm, wir machen mal den Stahl. Das müssen wir natürlich schmelzen können, ist klar. Aber wir kommen da langsam hin. Auf dem Holzweg. Er wurde schwach und blutend von einem Bürger von Slowestead gefunden. Nach der Axt und dem zerbrochenen Holz zu urteilen, hatte Garwulf eindeutig einen Unfall beim Holzfällen. Würdest du ihn aufnehmen und gesund pflegen? Kann ich ihn mir angucken? Die Siedler knallten die Tür zu und ließen Garwulf draußen. Ne, ich glaube, wir machen schon wieder weiter. Wir holen uns die alle dazu. Auch wenn Garwulf jetzt wahrlich. Aber Medizin. Medizin 8. Damit ist er der Beste. Religiöse Ausrichtung sehe ich jetzt gerade noch nicht. Ansonsten kann er ein bisschen schmieden. Umgang mit Tieren und Zimmerhandwerk. Umgang mit Tieren. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo... Wir können bestimmt auch die Tiere auch hier ranholen und irgendwie abrichten und so. Ja, komm. Du bist jetzt wahrlich nicht der Beste, aber ist okay. Wir machen das ein bisschen langsamer. Aber Osmund ist schon auf dem Weg und wird den Verwundeten zum Bett bringen. So, und das mit dem Holz, das klappt irgendwie noch nicht so richtig. Aber die Dinger sind auch alle fertig, oder? Die scheinen alle voll ausgewachsen zu sein. Und eigentlich sollten wir hier ja dann neue bauen. Minimale Aussaat-Temperatur muss allerdings 3 Grad sein. Deswegen passiert das gerade, glaube ich, noch nicht. Okay, aber Winter wird ja vorbei sein. So, der Kranke kommt. Machen wir damit weiter. Geht Jacob jetzt? Der ist beten gerade. Mal gucken, ob er gleich dann zur Forschung geht. Und Edric, du kannst wieder... Ne, das sollst du nicht. Abreißen sollst du nichts. Du sollst ihn... Hm. Osmund, kannst du das machen? Oder bin ich wieder 2 Millimeter zu hoch oder sowas? Oder zu niedrig? Ja. Ach so, das ist Siric. Wo ist denn der bewusstlose Garwolf? Ach, der liegt jetzt hier im kalten Bett. Ja, Edric kommt schon und behandelt ihn. Na gut, der neue muss ins kalte Bett. Naja, gut. Bob beschafft Bauresourcen. Bau doch bitte mal dieses Bett. Ressourcen nicht verfügbar. Ja, wir haben aber doch hier... Ach, Mann. Leute. Irgendjemand muss Pflanzen schneiden. Zuerst machen. Irgendein Botaniker. Hier, Edric, du hast Anpflanzen, Ernten, Bergbau. Dann bringen wir das mal einmal so rum. Und hoffen mal, dass du das machst. Weil Anpflanzen ist ja gerade nicht bei minus 12 Grad draußen. Siedler sind bewusstlos, ist mir klar. Aber behandelt worden ist er schon. Also es wird ihm gut gehen. Schmerz ist noch da, ist klar. Jetzt haut doch mal die Bäume da weg. Und ihr könnt auch noch mehr Bäume weghauen. Weil die, glaube ich, alle fertig sind hier. Ich glaube, die sind fertig und könnten dann neu eingepflanzt werden. Jetzt sind es... Ne, ich sage gerade 24 Grad. Da, jetzt fangen sie an. Wer macht es jetzt hier? Das ist Alviva und Edric. Okay. Wunderbar. Dann könnt ihr endlich weitermachen. Hier hinten für den neuen Forschungstisch. Jetzt sind sie auch beide am forschen. Hervorragend. So habe ich mir das gedacht. Osmond hier und Jacob da, weil wir jetzt da nicht genug von haben. Und haben wir im Keller noch genug Platz für die ganzen Chroniken? Ja. Das scheint okay zu sein. Ja. Gut. Das ist geplant. Das ist geplant. Aber noch nicht gebaut. Hier müsst ihr noch was machen. Das machen wir jetzt gleich. Da unten sind auf jeden Fall genug Bauressourcen gerade da. Ihr baut erstmal da hinten aus. Sehr gut. Sehr gut. Hier oben wird auch ausgebaut. Das läuft doch. Dann mache ich noch mal schneller. Ach so. Und hier können wir auch noch mal machen. Aber ich lasse jetzt erstmal den Rest ausbauen. Und vor allen Dingen im Keller ausbauen. Weil wir da noch die ganzen Öfen und so weiter noch mal rein basteln wollen. Das wäre glaube ich sehr sinnvoll. Aber dauernd am Beten, die Jungs, ne? Hätte ich mal die Kirche nicht gebaut. Naja, gut. So, jetzt habt ihr so viel. Jetzt ist es schon wieder abends. Na gut. Dann speichere. Wir hören den Wolf heulen. Und hier ist ja mal richtig, richtig was los. Also hier liegt auf jeden Fall genug rum. Aber es wäre natürlich sehr sinnvoll, wenn ihr mal diese Lehmtreppe bauen würdet. Dann könntet ihr den Kram auch abholen. Aber gut. Ist gerade nicht Priorität. Sehe ich ein. Also. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier noch Steinwände dazwischen ziehen? Das würde ja Sinn machen. Vielleicht sogar um die Felder drumherum. Obwohl Felder abgrasen können sie ja ein bisschen. Wir könnten das hier alles dicht machen. Und auch hier nochmal dicht machen. Hier ist dann so ein bisschen die Frage. Aber auch hier können wir nochmal dicht machen. Dann kommen sie immer außen rum. Finden dann natürlich immer unsere Rüstungsgeschichte hier drin. Das ist natürlich ein ungünstiger Ort für die Werkstatt. Aber möglich. Ich glaube, es ist möglich, das hier noch ein bisschen besser zu Grund zu verteidigen. So, jetzt baut es zu Ende. Jawohl, Dankeschön. So, jetzt gibt es den nächsten Forschungstisch hier rein. Und es gibt natürlich auch nochmal, was haben wir hier? Weidenboden, das können wir da auch machen. Wir haben eine Dämmung 06, 06, 06. Das ist alles wurscht. Trefferpunkt, da hat es nicht so viel. Aber das ist nicht so wild. Dann kommt da Weidenboden hin und daneben oder da drüber im Idealfall ein erweiterter Forschungstisch. Und dann natürlich noch eine Wand vorne drumherum. So, und die Tür ist da hinten. Ach, wir bauen nochmal eine zweite Tür hier rein. So. Läuft er, oder? Holz habt ihr noch genug? Ja, liegt da auch noch einiges rum. Dorfbewohner verhungern kann eigentlich irgendwie nicht sein. Zirik. Aber du kannst doch jetzt was essen, oder? Jetzt verhungert keiner mehr. Okay, Fertigkeit, Fertigkeit. Wie geht es denn dir, Jacob? Hast du schon was gelernt eigentlich? Intellekt schon auf drei. Von eins auf drei. Ist doch super. Dann geht das mit der Forschung auch deutlich schneller. Hoffentlich. So, da kommt noch was hin. Und wisst ihr was, wir können ja hier dann doch eine Sache abreißen vielleicht sogar. Obwohl, baut das mal erstmal. Baut ist ruhig erstmal. Wir brauchen noch ein Dach da drauf. Ähm, was macht hier? Wärmedämmung. Rätdach war, glaube ich, am besten, ne? Komm, wir machen nochmal ein Rätdach hier drüber. Und dann sollte das doch laufen. Und wir könnten jetzt hier auch nochmal Verteidigungsstellungen machen, damit wir uns von da auch nochmal verteidigen könnten. Wer hat sich verwundet? Garwolf. Was ist denn das Grüne von dir? Erstmal überhaupt Vorteile. Er hat einen grünen Daumen. Botanik plus drei. Erntemenge plus 25. Und Chance hat, dass die Erde misslinkte weniger. Er ist ein wohlwollender Garwolf. Garwolf ist ein Lichtblick in einem ansonsten trostlosen Dasein. Er sorgt dafür, dass sich jeder wohler fühlt. Aber Kontrollverlust. Wenn man Alkohol mit Garwolf trinkt, muss man mit einem blauen Auge oder Schlimmerem rechnen. Er wird aggressiv beim Trinken. Wie gut, dass wir unsere Bierbrauerei noch nicht fertig haben. Oder habt ihr die jetzt mittlerweile gebaut? Ja, habt ihr. Alles klar. Dann können wir hier wieder Bier herstellen. Und zwar von der Menge her. 100 ist mir zu viel. Vielleicht, sagen wir mal so 30 erstmal. Probieren wir das mal mit 30. Gucken, wie viele Gerste wir haben. So, der Brennofen ist auch schon da. Das ist doch gut. Da wollten wir noch einen zweiten reinbasteln. Okay, ihr habt gut gebaut. Das ist sehr schön. Und wenn ihr da jetzt fertig seid, dann baut ihr hier unten auch nochmal einen Holzbalken rein. Und dann könnt ihr auf der Seite schon weiter ausgraben. Und wir können da auch schon reinbauen. Das ist jetzt der Brennofen, richtig? Ja, dann brauchen wir den Schmelzofen noch. Den packen wir da auch noch mit rein. Wieder nebenan. Und das Räucherhaus haben wir auch verloren. Das kommt hier auch noch mit rein. Ich hoffe, hier brennt es nicht ab. Aber das kann hier alles mit rein, finde ich. Jupp. Sehr gut. Sehr gut. Und hier habt ihr auch noch ein paar Bäume weggeholzt. Und hoffentlich auch schon wieder Neues eingepflanzt. Aber nein, noch ist es zu kalt. Aber gut, ihr werdet das dann im Frühling hoffentlich machen. Jetzt sind sie gerade alle im Keller. Außer die beiden hoffentlich, die hier arbeiten. Nein, noch nicht. Hier soll natürlich auch hergestellt werden. Jetzt gucke ich noch einmal auf die Forschung, was jetzt hier ungefähr gebraucht wird. 15 hier, 15 da, 15 da, 15, 10, 15 und so weiter. Also machen wir hier immer 15 Minimum. Jetzt sind es 17 geworden. Nein, 15. Und dann werden sie hoffentlich das mitmachen. Und dann machen wir hier auch nicht für immer, sondern auch hier bis hier 30 da sind. Guck ihn noch mal rein. Das waren die hier, die Lehrbücher. 30 sind da auch selten. Das sind auch immer nur 15. Ne, 20 gibt es hier manchmal. Okay, dann machen wir das doch genauso. Dann machen wir hier 20. Dann haben wir immer eine Komplettstufe weiter. Eine Forschung fertig sozusagen. Und hier sind es 40, ne? Ja. Okay. Dann bleibt die Frage, müssen wir uns, mehr verteidigen noch. Müssen wir jetzt auf den nächsten Angriff hinarbeiten. Hier oben sind wir durch. Wenn wir das Ding da noch gebaut haben, dann haben wir da auch die... Dorfbewohner verhungern. Das ist, glaube ich, wieder Blödsinn. Der muss einfach runtergehen. Zirik, Hasenkadaver wurde auf dem Lagerplatz zu Kompost. Ah ja, wir haben ja die Schlachteplatte, haben wir noch nicht. Also wir müssen hier oben drauf noch mal den Boden setzen. Da machen wir jetzt... Nee, komm, wir machen wieder Weidenboden. Das sollte gehen. Klar, da vorne wird es blockiert. Und dann bauen wir da oben drum noch mal Verteidigungsstellungen. Das ist doch gut. Ich hoffe, das klappt. Das sollte klappen. Forschung ist verfügbar. Aber nur das... Ah, das Fermentieren ist verfügbar. 25,10. Was brauchen wir denn als nächstes? Na ja, die Heilpakete wären schon echt schön, ne? Weiß nicht, wie schnell wir da hinkommen. Und Rüstungsmacher gefällt mir auch besser als Fermentieren. Baut ihr im Keller schon... Habt ihr das schon gemacht hier? Nee, da brauchen wir mehr Ressourcen für. Wie viel... Du brauchst Gerste. Wie viel Gerste haben wir denn? Wir haben 24 Gerste nur. Das ist natürlich nicht so viel. Aber es reicht eigentlich für eine Ladung, die ihr erstmal machen könntet. Habt ihr hier schon die Holzplanke reingebastelt? Dann könnt ihr da auch weiter graben. Da. Ich lasse es gerade mal sehr schnell laufen, aber es ist ja klar, was sie machen sollen. Insofern finde ich das gerade in Ordnung. Auch wenn ihr manchmal ein Baum misslingt und so weiter und so fort. Wo seid ihr beiden? Osmond fängt erstmal an, wieder die Standardteile zu forschen. Naja, bis 40 wird er das machen. Ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig. Garwolf baut jetzt aber lieber... Nee, Quatsch. Jacob meine ich. Der betet. Okay. Ja, dann will er gleich zurückkommen. Nehme ich mal stark an. Ihr braucht mehr Fun. So, das wollten wir noch machen. Den Fun Room. Müßiggang. Naja. Backgammon Tisch haben wir halt, ne? Können auch einen Banner da reinsetzen. Eine kühne Fahne flattert in der Brise. Ist das schön? Eine mittelgroße Bannerwand hier vielleicht dran zu packen. Warte mal. Braucht auch Holz und Leinenstoff. Das auch. Aber warum nicht? Machen wir da so zwei Banner erstmal ran. Wollen wir das jetzt noch zur Verteidigung haben, dann müssten wir ja noch ein... Da müssen wir noch eine Stufe hoch bauen. Wahrscheinlich geht es ja sogar, dass sie aus dem Fenster schießen, oder? Man könnte auch im zweiten Stock einfach so Fensterschießscharten einbauen. Aber bin ich mir gerade nicht sicher. Dann machen wir ja auf jeden Fall nochmal ein paar Backgammon Tische. 75 Holz ist teuer. Kriegsführung gucken wir gleich nochmal. Auf jeden Fall wollten wir eigentlich... Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Gefundene Räume. Die große Halle machen. Mindestens ein mittelgroßer Tisch. Sechs Holzsessel und so weiter. Aber ein großer Tisch geht auch. Das ist 90 Holz. Komm, wir machen einen großen Tisch. Und da müssen dann Hocker drumherum. Wenn ich das richtig verstehe. Sechs Holzsessel, Holzstuhl und so weiter. Holzsessel 25, Holzstuhl 10. Ja, wenn dann richtig jetzt, oder? Wir machen das jetzt richtig. Beziehungsweise, nee, wir machen das richtig, aber beim nächsten Mal. Dann geht es hier weiter. Wir müssten hier drei an jeder Seite. Dann hätten wir sechs. Na komm, ich plane das schon mal an. Das sieht doch sehr edel aus. Und da wir nicht autokratisch sind, dann deswegen kommt hier keiner ans Tischende. So, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, was in dem Fall jetzt endlich mal morgen ist. Morgen am Samstag geht es weiter. Bis dahin. Macht's gut.